Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Ursykstan-Hafen vor Sonnaufgang an. Fahrer war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlädt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswell. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Ursykstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist Standort? E4, sobald ihr könnt. Roger. Ghost und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Das ist unsere Ausrüstung. Wir brauchen einen Anfall, wir sie brauchen. Werden wir. Rampe! 30 Sekunden! Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Schnappe Sache! Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check! Prats nicht! Los! Das stimmt. Watcher 1 an Bravo. Aufklärung am Himmel. Achtung, Conny hat drei Helis am Boden. Positionen sind durch orangefarbenen Rauch markiert. Extraktionspunkte für das nukleare Material. Lege los. Sechs Verstärkung kommt in den Bereich. Seid vorsichtig. Sie haben sich bemerkt. Wir tun mehr Conny. Du bist eingekesselt, Captain. Du musst da weg. Okay, kümmere mich. Ich bin. 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 Kann ich mich bewegen? Positiv. Kampf keine Aktivität zu sehen. Tunnenweise daherSenler到 Mackarov hat Reichlich Ultranationalisten in seinen Rängen. Genug um dassilолж bauen. Ghost, scannen nach Strahlung. Keine Veränderung, Watcher. Eines im grünen Bereich. Donnie sucht dann alles. Was immer Sie finden, es bleibt hier. Weiter zum nächsten Helix. Keine akuten Bedrohungen, du bist sicher. Ich habe eine Bombendrohne. So geht fliegen. Verstanden. Gut aufgepasst, Ghost. Striker 3 gleich ohne Treibstoff. Sind nicht mehr lange am Ziel. Sie überrennen dich, Käpt'n. Verteidige dich. Bravo, Achtung. Striker 3 muss auftanken. Verlassen wir das Zielgebiet. Beideidige ist nah. Conny ist alarmiert, sie verschanzen sich. Ich auch. Hab noch einen Heli. Alles klar, 6. Ausstreiten. Lade und bereit. Der zweite Heli ist hin. Gut gemacht. Nur noch einer. Die Sehren bereits sechs. Ich bin auf dem Weg zu dir. Sechs. Conny schickt Verstärkung zum Heli. 07. Irgendwelche Strahlungsänderung? Negativ, Watcher. Das ergibt keinen Sinn. Sie sollten inzwischen im Reaktor sein. Kein Strom. Die Türen sind versiegelt. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Drohne auf Station. Drohnen-Systeme aktiv. Schau auf den Dächer nach Feinden. An alle Stationen weiterhin keine Strahlung. Das ist wohl nicht der Grund, warum Sie hier sind. Was Nukleares könnte eine falsche Fährte für uns sein. Was zum Teufel transportieren die dann? Irgendwas ziemlich Ernstes. Was Nukleares könnte eine falsche Fährte für uns sein. Bis zum Teufelhomemens. Bis zum Teufel sharpなんです. Alle Vision. Bunch! Bravo 6, Achtung! Da ist ein gepanzerter Conny-Heli über dir. Bravo 6, Drohne offline. Die Ausrüstungspaletten sind schon im Einsatzgebiet. Halter nach Ausschau, da ist viel drin. Verstanden, Kate. Der Kampfheli ist verdammt hartnäckig. Neu positionieren. Nutze die Gebäude als Deckung. Setze Bombendrohne gegen den Heli ein. Der geht zu Boden wie Blei. Vogel erledigt, Price. Gut gemacht. Ich werde schwer beschossen. Raketenwerfer! John, gepanzertes Fahrzeug mit montiertem MG auf den Weg zu dir. Hab hier was Nettes für den Vogel. Du bist eingekesselt, Captain. Du musst da weg. Watcher, Bomberkoordinaten übermittelt. Alles klar. Ziel erfasst. Bomber kommt. Setze den Heli gut zu! Markiere. Deine Aufklärungsdrohne ist offline. Deine Aufklärungsdrohne ist offline. Setze Bombendrohne ein. Alle Ziele zerstört. Gut gemacht, 6. Achtung, Bravo 6. Conny hat den Reaktor getreten. Du musst da hin. Unterwegs zum Reaktor. Werde noch angegriffen. Verstanden. Alle Bravo beim Reaktor zusammenziehen. 1 2 2 2 2 2 3 3 Der Eingang zum Reaktor ist beim zentralen Gebäude, los. Du bist sicher, Captain. Achtung, Kondi formiert sich überall neu. Das Gebiet ist sicher, Price. Keine Bewegung. Bei einer Luftschleuse. Verstanden. Geh herein. Captain, feindlicher Heli über dir in der Luft. Kein Reaktor. Lässt einen runter. Sie haben Sekundärrechtsaktion. Wir müssen sie abwecken. An alle Stationen. Kommt dieser Pferd mit aus dem Reaktor. Schreck. An alle Bravo. Feuert auf diesen Heli. Kondi holt ihn runter. Verstanden. 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 Der Scheiße. An alle Stationen. Conny extrahiert Chemiewaffen. Conny hat das Gas im Heli. Wir verlieren sie. Watcher, kannst du sie outen? Ich bin dran. Ich bin dran, Ghost. Augenblick. Hier ist 6. Reaktor ist versiegelt. Bin eingeschlossen. Laut Aufklärung betreten Conny-Leute den Reaktor. Geh in Deckung. Wir kommen nach hier. da! Geh in Deckung von Rebecca Das Gas kommt brav. Wie ist der Status? Das Gas kommt! Pack dir das Seil, Captain! Pack dir das Seil! Haltet durch, Cap! Scheiße! 6-2 an Botscher! Er braucht sofort Hilfe! Morgen, Sir! Schön langsam, Cap! Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen! Bin okay! Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer! Ihm geht's gut! Ich hätte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen armen Schweinen! Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung! Conny hat die Chemikalien! Richtig geraten! Makarov ist seit 6 Stunden draußen und uns schon voraus! Was verdammt ist in dem Gas? Reste von Barkovs Programm! Sarin! Hoch konzentriert! Viel tödlicher! Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht! Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten! Und jetzt ist es in Pfarrers Hinterhof! Finden wir sie! Das well!